Hinten raus. Ja, und dann weiß ich auch noch nicht so richtig, wie es weitergeht. Da habe ich aber dem Tobi eine gute Aufgabe gegeben hier gerade, ne? Komm doch jetzt mal zu mir. Okay, ich bin auf dem Weg. On the way to... Oh, das war falsch. Jetzt bist du mir selber geflogen, warte? Ja, ja, das... Okay. Okay, mein Name ist... Okay, okay, took you. Kommen, Car Crushes 2. Car Crushes 2 hat er auch schon probiert. Wir können eine Kiste machen, aber wenn wir noch höher gehen, können wir so einen Kasten, wo auch drei drin können. Ja, da müssten wir aber natürlich erst mal zwei Felder hoch zu hoch kommen, ne? Und dann eins nach unten fallen lassen, das Zeug. Ja, wenn wir es jetzt so machen, wie ich es jetzt gebaut habe, und dann ein Förderband... Warte, ich bin gerade bei meinem Sohn. Ich komme gleich, ja? Äh, Littles, wie willst denn du das haben? Wollen wir mit Stein bauen oder mit Holz? Oder wie willst du, oder mit Erde? Ich verstehe gerade gar nichts, weil da schon wieder diese Alien-Geräusche sind. Er hat sich nicht stumm. Ich könnte noch Server muten. Ja, hast du gemacht. Jetzt ist unser Server gemutet. Mach doch jetzt sehr einfach. Haben wir noch eine falsche Anfrage? Nein, haben wir nicht. Aber da steht noch eine Anfrage offen, aber ich weiß nicht, welche das ist. Okay, Littles, also, ähm, wollen wir Steine bauen oder wollen wir mit Erde bauen? Ich denke mal, Erde sieht bestimmt schöner aus, hä? Ein Follow von Nitronob. Danke, Nitronob, für das Follow. Vielen Dank. Nitronob. Nitronob. Pass auf, wir machen jetzt folgendes Littles, ja? Das ist ja alles ein bisschen unaufgeräumt bei dir. Wir machen jetzt deine Insel größer und wir fangen hier vorne an. Ich würde sagen, wir machen das so. Du hast ja hier eine eigene Insel für so Bäumchens, ne? Und was wir jetzt machen ist, wir machen eine Insel für deine Karottenfarm und so, okay? Kann ich nicht machen ohne Bildrechte, Kumpel. Ich habe noch ein paar Leute, die ich hier einladen kann, auf meine Insel. Aber wenn ihr was kaputt macht, spanne ich dich von der Insel. Könnte alle. Was denkst du, was ich kaputt machen soll? Ja, weil er sagt das gerade. Wir stehen ja alle im Weg. So wie du mit mir umgehst, wahrscheinlich nicht. So. Oh je. Bitte? Ja? Sag es doch. Die sind aus meinem Server muted, weil er wieder eben Rausch hat. Ist richtig, wollte ich sowieso auch gerade machen. Hast du genau richtig gemacht. Quitschi, das mit den Schrägen geht nicht. Woran liegt es denn? Das geht nicht hoch. Das haben die geändert. Früher ging das jetzt nicht mehr. Die rollen nach unten immer. Ach Mist, ey. Aber wir können... Ne, das geht auch nicht. Wasser können wir ja auch nicht nehmen. Na oder wir machen es halt doch im Teller hinten ans Haus. Aber da brauchen wir natürlich eine ganze Menge von den ganzen Convoyor-Bells. Na ich hab 600. Okay. Dann brauch ich den Weg hier oben. Das sind auch hier das. Ja, wird wahrscheinlich die beste Idee sein, ne? Aber die gibt es doch extra für diese blöden Bänder. Ich verstehe das gar nicht. Warum ist denn das so doof? Die haben das geändert. Früher ging das ja noch. Jetzt so hoch irgendwie nicht. Littles, holst du mal deine ganzen Totems hierher? Dann machst du hier Bete hin. Nee, kannst du selber machen. Du wolltest hier aber machen. Hä? Ich helfe dir gerade an der Insel. Und für allen schmiert sich... Und für allen schmiert sich gerade mein ganzes Gold. So. Wir machen mal hier deinem Sohn, damit der nicht immer so viel weint, wisst ihr, helfe ich dem einfach mal gerade ein bisschen bei seiner Insel. Das Ding ist jetzt, wir machen das so. Wie viel haben wir hier? Warte mal kurz. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Ich habe gerade was anderes zu tun. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Super. 19. Dann gehen wir nach 19 in die andere Richtung. Sieht das nämlich gleich total cool aus. Pass mal auf. Wir machen das jetzt so. Also. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn. Und dann. So. Wir machen das jetzt so einfach, damit der... Also was könnte man eigentlich nochmal mit Crystallis Gold machen? Ey, der Food Compressor. Das ist ja auch eine ganz coole Idee, wie ich gestern gesehen habe. Also das funktioniert gut mit dem Compressor, aber. Ja, ich habe wen von euch reichen, den Crystallis Gold, die jedem achtet ist. Brauchst ja nur noch zwei. So. Ich komme ganz schnell gucken hier drüben. Warte mal. Wie viel sind wir nach hinten gegangen? Ist das quadratisch? Schnell mal prüfen, schnell mal zählen, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ich muss ein bisschen kämpfen gehen. Ich will sich schütteln auf Hexen. So. Eins, zwei, drei, vier... Fünf, sechs, sieben. Es ist natürlich die Frage, ob wir das gleich ein bisschen schön machen wollen, ne? Für ein paar Berge reinmachen. Aber das können wir dann, da können wir später für die Optik immer noch was tun. So, sagen wir erstmal hier, kleine Abzweigungen. Und jetzt ist natürlich die Frage, was von diesem Riesenhaufen ist hier? Machen wir denn da mal da hin? Das ist ja völlig unordentlich, ne? Okay, how to play. Was ist ein Voice? Ein Sprachkanal, hat der Luca gut erklärt, ne? So, okay. Ich glaube, ich bin ein Nitro-Nitro-Noob. Okay. Ich glaube, ich bin drin. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz. Er hat also hier, wir machen mal das das Ganze einfach mal so. Hier haben wir zweimal Eisen, den Eisen ist weiter und eine Kiste. Iron Totem abbauen. Iron Totem abbauen. Kohle Totem abbauen. Die Dinger hier weg. Zack, zack, zack. Weg. Und die Kiste weg. So, und das ganze Eisen weg. So. Auch wenn das Buch kacke ist, ist es was Gutes zu haben. Ja. Ich habe mein... Lohnt sich denn nicht zu warm, wenn das schlecht ist? Ich habe meine Eisenspezial gerade weggeschmissen. Ich habe meine... Sechs oder acht Tipps für ein Kuhn-Slime. Ja, aber was willst du sonst machen? Du kannst ja, wenn du auf der Insel bist, nicht viel mehr machen, außer da ein bisschen Monster zu besiegen. Ich habe meine... Das ist natürlich unangenehm, was ich gerade gemacht habe, ne? Weggaholen. So. Jetzt, hier ist der Industrial Smelter. Hier ist die Industrial Chest. Dann guck mal ganz schnell... Und wieso kann man sich eigentlich kein Gold-Totem kaufen? Ich brauche das jetzt zunehmlich. Ich kann dir noch 22 ungeschmolzenes Gold geben, wenn du willst. Industrial Chest? Ja, das ist ja nicht. Weil ich bräuchte geschmolzenes Gold. Für was? Ich bin bei der Insel. Hm. Industrieofen. Ja, ich komme auch gleich, wenn ich mit diesen zwei Leuten, die mich gerade angreifen, mir fertig bin. Wieso? Mit diesen zwei Steinmorgern. In welche Richtung geht denn der? Muss ich kurz mal gucken, wenn ich das da verkehrt rum ist. Ich habe hier jetzt sozusagen eine schnelle Schlange des Katarn. Das war gerade der verkehrt rum, ne? Oh. Und meine Spitzhacke? Habe ich die wirklich verloren? Ich habe gerade meine Eisenspitzhacke verloren. Die habe ich von der Insel geschmissen. Da liegt aber eine neue. Hey, hier liegt eine Eisenspitzhacke. Bei Lidl's oder wo? Bei Lidl's. Ja, das ist meine. Bei mir auf der Insel. Bei mir auf der Insel. Dann habe ich die da gerade hingeschmissen. Ja, ich bin auch bei dir auf der Insel. Ja, komm hier ganz am Anfang. Hier ist nicht die. Okay, ich komme es aber gleich holen. Also hier wäre ganz ordentlich hingelegt. Okay, dann gibst du dir der Tobi. Ne, alles gut, warte. Tobi, hast du noch ein bisschen Gebratenes? Ne, sorry. Okay, dann mache ich das selber. Danke, ja. Ja, was denn? Jemand will dein Bett kaufen für 100k. Was, mein Bett? Mein Bett kriegt Kinder. Wer will das denn? So, und jetzt? Mensch, Papa, das ist doch nicht dein Ernst. Jetzt machen wir folgendes. Ich will, dass es ein bisschen cool aussieht. Jetzt machen wir mal Winkel. Hast du zurecht eine Tier-3-Bank, eine Werkbank? Die Tier-3 habe ich bei mir. Ich habe auch eine 3er hier. Ach, hier steht sie ja, alles klar. Jetzt machen wir das mal so. Right? Oh, ich hoffe, das ist das Richtige, ne? Die habe ich ja letztens erst gemacht. Warte. Das geht so rum. Aber wir müssen ja... Ich brauche die zweimal. Okay. Noise, 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 noise. Ich hoffe, das geht so. Ja, das geht so. Dann den Convaior-Bild. Hier ran. Noch einen. Noch so eine Ecke. Noch einen. Und noch einen. So, und jetzt machen wir hier die Totems hin. Pass auf. Stone nicht. Carrot nicht. Ja. Eisen. Und... Wo ist denn Kohle? Ein Follow ist reingekommen. Danke, Tomatis 07. Hier ist Kohle. So. Kohle. Was ist so... Ja, okay, Kohle geht. Iron. Iron geht. Was? So. Jetzt bin ich gespannt. Ja, ich habe so eine Industrie-Teile. Jetzt, ich bin gespannt. Und jetzt machen wir hier drüben noch die andere Seite. Eigentlich ganz geil. Fände ich das. Die Frage ist es nur... Ja, ich hatte noch mehr. Was auch immer ich hier hinbauen will, ne? Ich habe noch keine Idee. Noch keine Idee, aber ich würde es machen. Und fünf Washing-Stationen habe ich noch. Wir brauchen auf jeden Fall die Ecken dann. Littles. Littles, 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 Littles. Wo bist denn du? Hier drüben. Komm mal gucken. Wie heißt du denn Ingame? Machen wir auf jeden Fall auch noch eine Chest. Guck mal, hier ist die Eiseninsel. Ja, und? Da baue ich noch was dazu, damit das hier rechts auch so aussieht. Was? Wie heißt du Ingame? Ja, sehr cool. Ja. Der hat voll Bock, ne? Der ist voll motiviert, ist der. Ich muss jetzt mal gucken, was das für ein Aufwand ist eigentlich, ne? Okay, das hat halt wirklich funktioniert. Ich habe meine Forderung so wie aktiviert und jetzt euren zieht das Ganze hier schön platzisch. Papa, ich muss ein bisschen kämpfen gehen, weil ich möchte mir mal Gilded-Stil-Sachen ein bisschen machen. Ja, okay, mach das. Apfel, lad mich mal ein. So, was gehen wir jetzt? Jetzt machen wir das noch. So, ich weiß noch nicht so ganz, was hier drauf fallen wird, ne? Aber, Fakt ist, da hinten machen wir eine Kiste hin. Was? Ja, machen wir lange weiter. Okay. Was könnten wir hier hin bauen? Wir könnten... Wir haben ja hier aktuell das Ding. Jetzt fällt ja hier der Eisen rein. Wir können ja folgendes machen. Ich würde dir einfach sagen... ...die Kohle hier raus. Wir machen jetzt die... Das Eisen machen wir hier hin. Und die Kohle... Pass mal auf, die Kohle... ...machen wir dazwischen. Von mir aus auch zwei Stück. Und dann machen wir hier... ...von mir aus, das heißt, zweimal Stein hin. Was macht auch? Wollen wir jetzt zweimal Stein hin? Oder wir machen Clay hier hin. Pass mal auf. So, dann könnten wir hier hin diese Stonebrick machen, ne? Oder? Jetzt ist noch im Channel. Ich bin noch da, natürlich. Ich bin aber gerade voll konzentriert. Und drehst dich nicht mehr mit dem Chat und bist dann darauf konzentriert. Ich lese den Chat überhaupt nicht. Ach so, apropos. Wie bitte? Äh, jemand klaut deine Sachen? War es echt? Warte mal. Jemand glaubt, deine Sachen steht da. Welche Sachen meinst du denn? Hallo, kann man mitspielen? Ja, kann man natürlich generell schon. Du musst natürlich nur hier oben an mich eine Freundschaftsanfrage stellen. Da wäre das natürlich schon eine ziemlich geile Sache. Kannst du sofort dabei sein. Habe ich was überlesen? Hier hat jemand geschrieben, dass wir Sachen geklaut werden. Ah ja. Aber ihr habt das doch im Blick, oder? Also nicht, wo ich auf den Chat hätte. Ich habe nicht auf den Chat geachtet. Nee, aber ich meine, ihr habt doch im Blick, dass bei mir keiner was klaut, oder? Also ich... Ich habe nichts gesehen, weil ich lieber hier war. Schingen, Maschinen. Als er es geschrieben hat, habe ich kurz bei dir geschaut. Und da war eigentlich noch das Weltmann so da. Alles gut. Okay. Der hat bestimmt gemeint, ich erzähle hier über die Quatsch. Und alle Leute glauben das. Clay oder Stonefarm. Wie heißt du? Was brauche ich denn da? Clay, was brauche ich denn da? Warte mal. Ich gucke mal schnell. Sommel ist falsch. Ofen? Ist Ofen das? Wo kann ich denn diesen Clay brennen? Im normalen Ofen nicht, oder? In Smelter. Was? Im Smelter auch? Ja. In Smelter und in den komischen Alpbackenofen da. Okay, dann nehme ich... Dann mache ich lieber... Dann baue ich lieber einen Stonecutter. Hey, ich habe da schon einen Stonecutter. Hey, ich habe da schon einen Stonecutter. Ja, pass auf. Du hast ja schon einen. Was hast du gesagt? Aber du hast keinen Industriellen. Diese hat nämlich eigentlich zweimal... Okay, dann machen wir mal Steelrods. Dann machen wir mal Steelrods. Ich würde gerade sagen, jemand hat die Waschungsstation geclothed bei Gucci, aber ich habe sie bloß nicht zu nehmen. Jetzt habe ich Angst gehabt. Hattet ihr das auch gerade gehört? Ich habe mich gerade irgendwie zweimal gehört. Ja, keine Ahnung, was du gemacht hast da. Ich habe mich gerade gehört, wem echt jetzt sich... Ich sage, wem echt jetzt sich so stark... Wo ist denn jetzt der Stonecutter? Ich bin auch bald fertig mit der Form. Okay, ich komme wieder. Mach's auf, ich muss ganz kurz einen Stonecutter bauen. Einen Industriellen, dann bin ich fertig bei Littles. Ich habe hier doch einen Jem. Einen Stonecutter. Echt? Wirklich? Ja, schon lange. Der hast du bei den Holzdingen dahingestellt. Warte, bei welchem Holzding? Bei meinem Sohn auf der Insel oder bei mir? Bei dir. Ja, na der steht ja da. Mein Sohn braucht einen eigenen. Ach so. Einen eigenen, was? Kostenig Industriellen, ich habe noch. Warte, ich habe noch. Ich mache mal schnell hier das Eisen raus. Ah, fünf Stück habe ich noch. Was, du hast noch fünf Industrial Stonecutters? Ich habe noch fünf, ja. Okay, also ich würde ihn nehmen, aber ich kann ihn auch schnell selber bauen. Ich brauche nur ein paar Steelrods machen. Ah, ich baue den schnell selber. Ich will ja auch zeigen, dass ich was kann. Piggy, bitte. Ah, ich bin... Aber ich bin noch ein bisschen Gold für mich. Ich baue jetzt noch Gold. Piggy ist ja so ein Dead by Daylight Ding. Und ich muss ehrlich sagen, dieses Spielprinzip, ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so für Kinder das Richtige ist. Ehrlich nicht. Also mein Sohn spielt es zwar auch total gerne. Wir machen nachher noch ein bisschen Murder Mystery. Dann machen wir jetzt eine Stonecutter Farm. Das machen wir jetzt, ey. Ich mache ein paar Steelrods. Warte, ich muss erst mal den Kreis hier aufheben. Danke für die ganzen Sachen. Aber wir haben sie. Danke, danke. So, jetzt gehe ich mal schnell, beam ich mich rüber. Weil jetzt müsste ich theoretisch alles haben. Zack, jetzt machen wir den Industrial Stonecutter. Mensch, ich brauche ein bisschen Gold, Mann. Wie viel denn? Ja, es fehlt vielleicht noch 232. Dann machen wir da aber Steintuttes. Oh nein! Willst du dir eine Gilded Spitzhacke machen, oder was? Ja, Gilded Spitzhacke und Gilded Steel Eggs. Ich hoffe, das sieht gut aus. Also auf jeden Fall ist hier Kohle dabei. Ja, sehr geil. Brauche. Oder kann mir das denn jemand machen? Industrial Stonecutter. Nehmen wir mal den ganzen Mist hier weg. Das ist ja Clay. Hau mal schnell die. Clay braucht man hier nicht. Ich will Stone hier hinhaben. Ich brauche ja noch fünf Gilded Steelrods. Ey, ich sage mir jetzt nicht, dass der hier... Der passt hier nicht hin, oder was? Papa, hast du noch? Also Gold für mich. Ne, Gold. Ja, warte doch. Ich habe Gold. Warte, ich habe Gold. Das würde ich ganz gerne nehmen. So, warte, gebe ich dir gleich. Ich mache schnell mal noch zwei Stone-Totems hier hin. Quiddy, du kannst gleich mal zu mir kommen. Ich gebe dir mal meine ganzen roten Blumen. Das ist super, danke sehr. Ich muss nachher noch meine Pau-Prie-Kopf brauchen. So, schau mal. Jetzt hast du hier Eisen links und rechts hast du Stein. Okay. So, schau dir das an. Und das sieht doch schon richtig gut aus, oder? Sieht doch nicht richtig gut aus, so? Was ist hier gebraten? So, Toten. Oder sag doch mal. Jetzt kriegst du einen gebratenen Stein. Pass auf, musst du gucken, wie der aussieht gleich. Ich weiß, wie der aussieht. Jetzt wollen wir noch was dazwischen bauen. Hier ist noch ein bisschen leer. Willst du ein paar Blumen hinpflanzen oder ein paar Büsche? Was willst du machen? Musst einfach nur an die erste Kiste, die du siehst, rangehen. Da sind die drin. Guck mal, du hast so viel Eisen. Mach das, nimm das mal raus schon. Und hier auch. In welche Kiste meinst du denn? Bei mir auf der Insel? Wenn du spawnst, bei mir, wenn du spawnst, ist die gleich da. Die sieht man eigentlich nicht. Tobi. Da sind 66. Papa, du hast vergessen, mir ins Gold zu geben. Mein Elemental ist voll. Ich geb mal kurz meinem Sohn Geld. Kannst du zu dem Gamer-Tobi auf die Insel kommen, so einem Mann? Papa, Gold nicht Geld. Ja, kannst du zu dem Gamer-Tobi auf die Insel kommen? Aber warte, du bist. So, hallo, ich hab eine Map gebaut. Warte mal, halt ganz kurz. Achso, bei Piggy. Ja, mein Sohn sagt doch immer, er will Piggy spielen, weil man da die Maps jetzt mittlerweile selber machen kann. Äh. Was, Leg? Was ist so im Shop? Komm mal her, ich geb dir mal Gold. Hier, komm mal her. Da sind wir da. Das ist einfach alles, was du hast. Ja, mehr hab ich nicht. Das ist alles, oh Gott. Achso, Tobi, ich kann bei dir das Zeug nicht rausnehmen aus der Kiste. Hä, warum nicht? Was ist denn da drin? Ach, ich dachte, mein Inventar wäre voll, siehste. Wieso braucht Papa Tobi Red Flowers? Na, fürs YouTube-Logo, was du bauen wolltest. So, Gölü. Sind bei euch auch die Wendingsmaschinen grau? Ja, du musst noch reingehen. Dann geht's wieder. Gölü, ist in mir. Danke fürs Rüger mal reinschauen. Können wir Tower of Hell spielen? Ah, Tower of Hell. Ähm, haben wir das nicht schon mal probiert letztens? Ich überlege grad. So, wir gucken mal ganz kurz. Das Gamer, Tobi, hat also hier. Ist der jetzt schon wirklich? Warte mal, lass mich jetzt mal gucken. Hier. Papa, ich kann das YouTube-Logo bauen, wenn du willst. Also, ich hab grad ganz viele rote Blumen. Wenn du möchtest, kannst du das noch weitermachen. Gib mal Bild. Willst du klauen, oder was? Das war nur 6. Licht. Willst du meine Smelter abbauen? Mal dran. Wenn du mal gebraucht hast, für diesen Industry-Strauma-Karte, ähm, Kohle. Nein. Warte? Ja, braucht man. Willst du was anderes? Was? Für diesen Smelter braucht man auch Kohle. Klauen? Kannst du einfach Totems davor setzen. Super! Okay, dann gehen wir dem Abi, haben sie mal ein Bild. Äh, nee, nicht wirklich, okay. Da braucht ihr ja auch nicht klauen, ne? Okay. Und dann haben wir noch die beiden mit dir. Diamant ist cool, das kann auch herkommen. So, pass auf. Ich muss nur hinschreiben. Ich muss ja sicher gehen, ne? Ich trete euch mal vorbei. Ich muss sicher gehen. Aber doch, da will man im Bett laufen. Ja, ich muss mir dann gleich mal sagen, ob das passt mit den Kisten da bei dem Keller. Ja, ich bin grad schon auf dem Weg. Ich bin runtergefallen. Ach so. Ähm. Weil ich muss das eins runterbauen, dass ich da drei Kisten hinmachen kann. Nicht nur eine. Wenn du mich nicht scamst, tue ich das auch nicht. Warte mal. Wenn ich jetzt nicht rausfliege hier. Natürlich fliege ich. Ich gebe mal das eine wieder zurück, he? Das muss ja nicht sein, dass ich hier... Okay. Ich gebe mal der Kiste. Ich gebe mal der Kiste. Woah. Ich gebe mal das ein Gleiche. Das ist ja nicht mehr so, das ist natürlichgoolle. Das ist heute nicht mehr so, dass wir nach首 qui in Fевcomunsch sind. Überall Uma. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020